Ich hatte immer viel Munition, aber beim Endless hab ich immer alles verschossen. Ja, das ist eh klar wie ich los will. Bin ich gespannt, wie die hier werden. Hm, ich weiß nicht, wo sind das Schlange denn wohl? Ich glaube, ich hab's gefunden. Hast du's genommen? Okay, warte. Oh, doch. Okay, ich muss schießen. Die haut nicht. Nee, Messer. Ich hab kein Messer. So. Toma-Tomato-Cetchup. Komm, die retten wir. Oder auch nicht. Ich hab keine Granaten mehr. Na? Das sah ja so geil aus. Oh, ich wollte ja nicht bei dir davor laufen. Oh. Oh, neben mir. Alter, hat der mich erschrocken. Verpiss dich. Wer macht dich? Wer macht dich? Jetzt hat's auf einmal Messer. Eliminieren sie alle Feinde. Oh nein. Oh. Oh. Ich würd sagen, jetzt arbeiten wir echt mit den Fernzünder-Sprenger. Ich würd sagen, jetzt arbeiten wir echt mit den Fernzünder-Sprenger. setzen ja ich komme sogar nicht so ein vieh nach okay so schnell kann ich gar nicht drücken wie der mich fristen weiter ja komm ich bin tot macht sie es macht du musst es ein bisschen weiblich darüber bringen ach das war doch total weiblich ein wunderschöner schmetterling fahrg ist es schwer vor mich steckt also ich werde hier auf jeden fall die schrote nehmen das ist warte mal da stand doch gerade eben an diesem zaun ne an diesem gambler pass mal auf ich bin jetzt mal ein bisschen intelligent als erstes mal bats so hier setzt sich jetzt ein zünder hin weil da hat er nämlich eben gestanden das war wie du da reingesprungen bist wo ist der schreihals da ist er komm 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 her was der steht mittendrin ich komme ich komme so du bist ja noch gar nicht okay 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 hat mich das ding zerquetscht alter ich auch ach du warst auch da ja wo kam der alter da muss man aber auch reagieren du okay aber es lief schon mal ganz gut eigentlich ja so ja ich stehe da gerade tot ist er der schreihals hast du mit dem fernzünder natürlich da schreit noch einer warte da kommt der heiz ich glaube mich hat es nicht erwischt mich hat es voll erwischt aber ich stieg am boden ja 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 genau unser ja für uns ein schlag auf der brust dann geht es wieder da liegen ja pauspunkte neben mir mitgenommen oh nein dahinten sind mg wichser oh ja nein du schießt da jetzt nicht drauf bist du da noch ja lass mich da alter der mg vorziehe ich der mit wahrscheinlich eh ich habe schaden bekommen ich müsste tot sein echt liegt da noch irgendwie was ja ich bin auch noch im gucken hier liegt noch was ist fernzünder sprengsatz bei mir nicht hast du wahrscheinlich schon eingesammelt da ist das symbol ja wollte ich auch gerade das wunderbar nicht mehr weil man es einmal hat das gute was denn da war ein zombie weg ja da hinten liegen noch erfahrungspunkte warte ich gucke hier auch noch ok gut meine gut wo sind die ep beim feuer liegen die bei mir ach so da ja die habe ich eben schon eingesammelt aber hier lag was ja eine brandgranate die sind schon weg schade ok komm weiter what the fuck wieso ist jetzt noch immer gejumpt oh man diese steuerung cool alter ist das hart aber ich weiß ich will das auch völlig ausspielen weil aber ich würde auch du kriegst ja jedes mal wenn du es durchspielst so eine marke dass du es halt auf dem schwierigkeitsgrad gespielt hast ich würde sagen wir spielen das auf allen durch oder ja auf jeden ja ich bin dabei aber halt nicht nur hat ja ok ok halleluja oh schien dein erste hilfespray nein jetzt hast du ja zwei oh hier ist grad die munition oh nein wenn hier ein erste hilfespray ist munition mhm da wird sicher gleich die party weißt du was mich das erinnert an da warst du auch in dem lokal ja auf so einer bar oder sowas ok natürlich dann liegen jetzt hier die munition hier bei mir an dem schrank nix da alles klar müssen wir mal oben gucken eliminieren sie alle feinde eine kugel immer hoch ja stimmt ach ja dann ist dieses hilfezeug war da oben was? ne zu geschlossene türe flatsch als wollte ich gerade fast auf den zivilpenner npc da schießen eigentlich brauchen wir gar nichts zu machen sollen die doch alles erschießen ja aber ich glaube die brauchen da für jahre ja wir sparen munition auf dem kleinen schrank hier gar nicht gesehen größer warte klatsch hinter dir ah ne jetzt ist der kopf ne da war noch einer warte ich finde die move so cool er ist auch richtig richtig geil ich habe ihr gerade auf den kopf geschossen geschossen desinfiziert 100% fernzünderspringsatz der nackarm ist hier echt am stärksten ohne scheiß ja aber bei mir zieht er nicht so viel ab ich weiß nicht vielleicht weil ich ne bitch bin oh gott ah ja mit dem stellschuss ich habe 156 zum nachladen ich habe jetzt erzeugt auf das regale abreißen mit dem golfschläger oh gott das hat doch keinen sinn alter jetzt können wir sicher hoch gehen zum Beispiel splitter du liegst hier vorne am eingang oh gott ich wurde raus geworfen nein nicht schon wieder Ich habe gerade mich selbst auch gerettet, weil der ist gerade gesprungen, in dem ich in dem Moment... Ey, ich habe gerade voll die Lack-Gins. Der steht nochmal auf. What the fuck? Ich wurde schon wieder rausgekickt. Das ist ungünstig. Okay, da bin ich wieder... Jetzt leckt es aber gerade übel. Ähm, vorn ist ein Hübscher, ne? Ich sehe es nicht. Bei mir ist immer noch alles schwarz. Ich kann nicht mal was machen, Alter. Ich glaube, wir müssen jedes Mal neu starten. Du bist tot. Helena! Und? Ich werde dir auch... Äh, das ist bei dir auch. Das Screen. Ah, jetzt. Sie sind tot. Ach, ey. Warum werde ich denn immer rausgeworfen? Nein, weiß ich nicht. Vor allem, wir sind immer noch im Kapitel 1-1, ne? Das waren nicht mal Zwischendings. Nein! Bleib zurück! Bleib weg von mir! Da. Fernsehunter Sprengsatz? Mal wieder auf die Art und Weise. Der hinten kommt da. Ja, es hat gereicht. Ne, es hat nicht gereicht. Hinter dir! Hinter dir! Ja, ich mache hier gerade den Dicken. Okay, Nahkampf bringt mir tiefen gar nichts. Oh! Shit, Alter! Da. Uh, uh, uh. Uh! Uh! Da liegt noch eine Brandkavate. Pff! Lea! Es ist so scheiße eng da drin. So, nimm mal einen schnellen Fernsehunter. Ich spreche den Satz und leg dich mal hier hin. Scheiße Quenz. Hier. Zack. Wohin? Da, wo meiner liegt. Deiner Mitte. Ja. Hier ist noch eine Brandgranate. Hier, wo ich bin. Hier, 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 hier. Ja, die habe ich doch schon. Okay, okay, okay. Zieh, 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 zieh da hin. Wie denn? So, holen und dann drücken. Rechts, links, klicken. Ja, mach doch. Das reicht nicht. Ich würde mich verarschen. Ich kann schon sagen, bin ich jetzt tot, ey. Sag nimmst du aus. Ohne Worte. Ich sehe nichts in den Ecken. Er ist tot. Er liegt nur. Ich glaube, er ist down. Ja. Er ist down. Alter. Nein, 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 nein. Fuck, da war der Dicke gerade down. Ich war im Nachhinein. Leon!